Ich will da trinken, ja. Ok, was habe ich jetzt wieder aufgebrauchen, das ist ok. Wo kommt das Wasser jetzt schon wieder? Ok, da ist irgendwie noch eins. Jawoll, jetzt langsam lichtet sich hier. Eigentlich sehe ich auch eigentlich was. Macht das jetzt nicht mehr so sinnlos? Perfekt. Na, hier auch noch bitte? Also den Erdeblock nochmal hin. Und für euch die ersten Lichter in meinem bescheidenen Keller. Na, ich habe dich doch da platziert. Hilfe. Hilfe. Da muss ich das halt wirklich systematisch machen. Da ich irgendwie die ganze Zeit irgendwie weggeschraben werde, weggestoßen werde. Wecke, hast du nicht gesehen werde. Zack, zack, zack. Zack, zack. Zack, 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 zack. Ok. Ok. Ok, das passe ich jetzt weg. Was ist das denn schon wieder für ein Bock? Mann, was hast du dich? Ah, was ist die Spiel? Gut, ich krieg ja noch einen Anfall. Ey, ich staune auch nicht mehr. Ich halt auch gedrückt. Ey, du lässt mich mal jetzt raus. Ich habe... Oh, das kann man sich echt noch hinziehen, du. Unter Wasser-Dinge habe ich mir echt was vorgenommen. Das stößt mich einfach an. Es fließt hier noch so schön um die Ecke. Das ist ja so schön. Ich hab's gleich geschafft. Yes. Nein, noch nicht. Okay. Ähm, Schaufel. Okay. Okay. Jetzt muss alles nur ausgehoben werden. Okay. Schwierige Kiste hier. Ich hab da schon Wasser geblödet. Ich brauch auch... Was fehlt bei diesem Spiel? Eimer. So. Natürlich jetzt meine ganzen... Was heißt das? Ich hatte da meine Felder angelegt. Und... Ich will jetzt hier auch mal wieder neu ins Wasser. Okay. So. Und jetzt nimmt doch, denke ich, diese Höhle hier Gestalt an. Ich brauche Sand. Was ist das? KW habe ich jetzt keins mehr? Hast du nicht gesagt? KW. Ich hab doch fünf Stück davon. Seltsam. Ne? Ja. Ja. Hier geht natürlich die Freien. Alter. Ey. Ernst. Ja. So. Weg mit dir. Wasser. Das ist eine Plage. Ja. 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 Da rein mit dir. Teig. Okay... So. So, ich war jetzt ein bisschen stiller hier, aber ich weiß, wie hier jemand die ganze Zeit der Fehlankommen. Alter! What the fuck? Ah, warte. Ist das nervig. Ich will ja keine Items mehr. Ich brauche mehr Items. So, ich platzier mal hier ein paar Fackeln. Ach so, hier ist es aber schon. Ähm... Das gießt mir nicht einfach zu hier. Stille, stille Spille. Stille Spille. Stille Spille. Stille Spille. Stille Spille. Stille Spille. Wo kommt jetzt das wieder, so heißt es? Hä... Sinnlosigkeit. Ich glaube, ich gehe da jetzt einfach kurz ein paar Items sammeln und dann komme ich... kaputt. He? Ist doch hier. Okay. Oh, ist ja dunkel. Ich kann nur schlafen wann immer ich will. Wenn ich es nötig habe. Tagsüber schlafen bin und so ein Mittagsschläfchen. So. Mit Kopfschmerzen und wirklich viel viel großer Laune. Mit diesem Keller, da steht man sich glaube ich noch tot. Ist eigentlich ne Menge Sand. Ich hätte da nicht so viel im Glas verarbeiten sollen glaube ich. Okay. Ich muss das jetzt einfach so ein bisschen, wie ich will. Zack, zack, zack. Das ist einfach so energie. Okay. So. So.